Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir zu Gast ist Oliver Kuletzki. Hallo Oliver. Ich will auch mit dir über das Thema Suizid sprechen. Gleich zum Eingang stelle ich dir eine Frage, bei der du einfach mal so schätzen musst. Was glaubst du denn, wie viele Menschen im Jahr in Deutschland durch Suizid sterben? In Deutschland. 2000? Sind ein paar mehr. Sind tatsächlich so um die 10.000. Das heißt, es sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogen und Aids zusammen. Überrascht dich die Zahl offenbar. Ja, total. Also jetzt zu schätzen ist es immer schwer, aber was du halt gerade gesagt hast, das ist durch mehr als durch Verkehrstote. Verrückt. Glaubst du, dass auch durch deine eigene Biografie, dass Leute das immer auch als Hilferuf absenden, wenn sie sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich nehme das Leben. Also ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich glaube, ich kenne mich natürlich nicht aus, aber ich glaube, es sind die wenigsten Fälle, wo einer ganz für sich ist und auch keinem Bescheid sagt. Also die, wie ich mir das vorstellen kann, ist schon die meisten, dass es da so Warnungen gibt oder dass die Leute auf sich aufmerksam machen. Wenn nicht aktiv, kann man das ja auch oft, glaube ich, erkennen an Leuten, dass es denen schlecht geht und dass man sich Sorgen machen muss, dass der oder die so depressiv ist, dass er sich vielleicht was antun könnte. Gerne macht das bestimmt niemand. Das macht man ja nur aus Verzweiflung oder aufgrund von Problemen. Und ja, viele schreiben dann, oft sieht man es ja dann auch vom Abschiedsbrief oder so. Das ist dann wirklich so. Hättest du für dich, wenn du in so eine Situation geraten würdest, überhaupt eine handhabende Idee, wie du damit umgehen würdest? Wenn ich selber gefährdet wäre? Nee, wenn du jemanden jetzt kennen würdest, der gefährdet wäre. Was ich dann machen würde? Ja. Also ich würde erst, ich würde, glaube ich, versuchen, mit der Person, irgendwie direkt zu sprechen. Ich würde ihn fragen, warum es ihm so schlecht geht, was die Ursachen dafür sind, vielleicht Lösungswege aus der Lage zu überlegen oder zu erarbeiten, wenn das denn möglich ist. Aber irgendwo muss man ja ansetzen. Also bevor, ich würde auch nicht sofort irgendwie an die Eltern oder an, vielleicht hat es eine Freundin, ist vielleicht noch ein guter Weg, ist mal darüber, aber ich würde die Eigeninitiative ergreifen und würde versuchen, mit der Person direkt zu sprechen und ihr in Gesprächen versuchen zu helfen. Und wenn ich dann nicht, wenn ich dann merken, wirklich merken würde, dass ich nicht weiterkomme, was wahrscheinlich ziemlich hart für mich wäre, aber dann würde ich mich im nächsten Schritt an die Eltern, noch engere Freunde oder Freundinnen oder halt dann an eine Einrichtung wenden. Hat deine Frau dir schon aus ihrem beruflichen Alltag Dinge erzählt, die sie sehr beschäftigt haben, die so in die Richtung gehen? Das nächste Spezialgebiet, die hat natürlich schon viel zu tun mit Leuten, die Probleme haben, auch oft Leute, die depressiv sind und naja, die machen ja da letztendlich auch nichts anderes. Da unterhält man sich dann auch, da wird auch aufgearbeitet, wird aus dem vergangenen Leben erzählt, wird versucht zu reflektieren, okay, wo liegen die Ursachen? Was hat damals dazu geführt, dass Sachen heute so sind? Und ich habe eine unglaublich positive Sicht. Also ich war vorher so mit Psychiater und war ich eher kritisch. Ich war immer so der Meinung, das schafft man irgendwie alles selbst. Ich habe aber eine unglaublich positive Entwicklung durch meine Frau gewonnen auf das Berufsbild, dass die doch einem helfen können und dass es doch Sinn macht, sich an jemand Neutrales zu wenden, weil der es auch aus einem guten Blickwinkel betrachten kann und dann auf eine ganz andere Art und Weise helfen kann. Wie wichtig findest du in dem Zusammenhang dann ganz generell Informationen, Informationen, an die man auch gut rankommt? Ja, super wichtig, super wichtig. Es wird ja anscheinend von den Medien nicht so viel darüber berichtet, irgendwie im Fernsehen schon gar nicht. In der Presse liest man auch nicht so viel darüber. Ab und zu taucht das Thema am Rande auf. Aber ich glaube, da ist noch einiges Arbeit zu leisten an Aufklärung. Dann vielen Dank, dass du dich da jetzt auch zur Verfügung stellst, weil einfach das darüber sprechen und der Umstand, dass du dir darüber Gedanken machst, das soll ja auch schon ein Ansporn sein für Leute, das ebenso zu tun. Na klar, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.